Hast du dich gesehen? Hallo! Heute geht's auf Rangitoto Island. Kommt die letzte Fähre zurück um 5 und wir wollten eigentlich da den ganzen Tag bleiben. Gab's sogar noch Frühstück, als wir gefrühstückt haben. Oh, da sind Menschen. Wo seid ihr? Da. Wir sind jetzt angekommen auf Rangitoto und haben uns für den einen, wie lange geht das? McKenzie, eineinhalb Stunden. McKenzie Bay eineinhalb Stunden Trip entschieden. Man konnte zwei Richtungen wählen. Wir sind jetzt mal dahin, wo keiner ist. Keiner ist irgendwie. Irgendwie die anderen sind alle zu... Was stand da? Irgendwas komisches Summit oder so? Bay ist besser. So. Da kommt schon das nächste Schild, wo es lang geht. Ey, ist so krass. Einfach hier totaler Urwald und in Auckland, Downtown. Aua! Gerade eben stand hier noch irgendwas mit Bay. Hey, Elli, was wenn hier keine Bay ist? Geradeaus weiter. Boah, hier musst du echt aufpassen, gell? Wenn man hier so einmal falsch tritt, dann knickt man so voll um bei so einem Stein. Au! Und dann steht das da. Aber gerade stand, als wir den Weg her gelaufen sind, stand da Cowai Grove. Und jetzt sagt das Cowai Grove zurück. Da komme ich gerade her. Oh Gott, dann lass zu dem laufen und lass uns merken, dass wir bei dem Schild zu dem Weg laufen, wo kein Pfeil dran steht. Richtig schlecht beschildert. Wir sterben. Überall so Moos und Bäume. Wir sind auf jeden Fall mal auf der richtigen Spur. Hier riecht es nämlich nach Wasser. Also immer weiter, immer weiter. Immer weiter, immer weiter. Immer weiter, immer weiter. Ich sehe Wasser. Oha. Elli. Wir sind am schönsten Ort der Erde. Guck dir das mal an. Wie dillig ist das für Speurer? Die Pizza. Wir sind jetzt gerade mindestens 25 Minuten gelaufen. Und jetzt steht da plötzlich noch zwei Stunden bis dahin, wo wir hin wollten. Und als wir den Weg gewählt haben, stand da eine Stunde 45 oder so. Jetzt steht da plötzlich zwei Stunden. Dabei sind wir einfach ganz normal den Weg gelaufen. Das werden wir gar nicht mehr schaffen jetzt, bis die letzte Fähre kommt. Ja, die letzte Fähre kommt nämlich schon um 5. So komisch hier die Beschilderung. Die Sonne ist so hell und es ist eigentlich voll warm. Aber irgendwie auch windig. So wie dieses Bild. Ähm. Weather got me like. Ja, ja, doch lieber ein T-Shirt. Ich habe zwei Jacken dabei und ein Short. Richtig warm. Ich habe sogar noch eine Mütze mitgenommen. Und Ockland. Ja. Das ist alles Vulkangestein, gell? Nee. Kalt. Landscape on point. Gut. Ja. Handy Session, wenn man Kamera hat. Hier. Water, water. dann wird das sowas wir kommen von hier da gibt es einen Weg da gibt es einen Weg keine Beschriftung ehrlich, ich lege jetzt immer was hin geradeaus ach gut sieht aus wie ein Ziel so, das war jetzt unser Ziel der Reise irgendwie doch nicht so spektakulär wie wir dachten aber hey, wir haben uns Weg runtergesetzt wollte ich schon immer machen meine Hose saugt irgendwie dieses Gras an geh weg Mist Cello wir laufen jetzt nach Coast Walk Coast Walk Müll Wer hat den da hingeschmissen ganz ehrlich Leute hier nehmt euren Müll wenigstens mit recession utos ö HUD codes Tada auss flew ges 、 vide bes ich ans bes Vielen Dank.